Hey Leute, willkommen zu dem Mother Simulator und zwar werde ich ja bald Taufpate und ich hab mir gedacht, hey, da kannst du doch mal ein bisschen üben mal ein cooles Spiel für zwischendurch, Mother Simulator ich bin natürlich die perfekte Mutter, ich weiß, ich bin eigentlich wenn, dann der Vater, aber es gibt keinen Vatersimulator, es gibt nur einen Muttersimulator, also von daher aber das wird schon richtig cool, bestimmt, hoffe ich, let's go das erste Level hatte ich mir schon mal angeguckt gehabt hier haben wir das wunderbare Kind tipptopp, sieht auf jeden Fall real aus ähm, ja ja, es braucht auf jeden Fall sein Schnuller das erste Level hab ich mir, wie gesagt, schon angeguckt äh, der Schnuller ist dreckig, wir müssen den jetzt mal waschen ist das egal ja, okay, hat funktioniert perfekt perfekt, Alter richtiger King so, ab jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich machen soll Windel wechseln was muss ich hier machen? wo muss ich da jetzt hin? wo ist denn die Windel? ach, hier äh nein was mach ich denn mit der alten nein, bah, ein Mülleimer ja mann kann ich den da reinwerfen? wie kann ich denn da werfen? wow ich treff ja nicht mal den Mülleimer, was ist denn das? guckt euch die Wohnung an, das ist alles Dreck ist mir jetzt egal gib mir ne neue wo bist du, Kind dran minus 10 was? warum? ach, du brauchst Puder hmm Puder Puder hier oh ja oh ja ach man, die Zeit ist abgenommen ach Leute, was ist das? also nochmal hier die nehmen wir Bats so läuft der Hase hier jetzt aber Puder muss ich dich am Arsch einpudern? aber wie kann ich dich umdrehen? mein Junge vielleicht muss ich dich hier hin ich will dich ja mann muss ich deinen Arsch einpudern? oder was? nein ich hasse es reicht das? keine Ahnung so, jetzt nehm ich ne Ding und zieh sie an passt, perfekt passt jawoll perfekt Leute oh Milch Milch du willst Milch oder irgendwas zu trinken ach du Scheiße aber waschen können wir ja schon zack, machen wir mal an drunter perfekt äh, hinstellen das hier auch waschen Wasser natürlich ausmachen wir müssen hier sparen äh, hinstellen nicht unbedingt am Boden aber okay äh, Wasser will ich Wasser? ich will doch Milch egal kann ich das irgendwie einstellen? Milch? ne, keine Ahnung Wasser komm Kipp drin ist schon voll wo ist der Schnulli? ach, jetzt ist er wieder dreckig oh so nein gilt das? minus 10 ey schmeiß das doch nicht rum was hab ich denn falsch gemacht? oh Gott das ist das das komplette Chaos hier mein Kind heult nein hin jetzt fliegt das Ding schon wieder runter tu das da rein ausmachen zack abspülen drauf jetzt gut minus 10 was, was ist muss ich denn machen? ey oh man neuer Versuch Milch hier wir haben Milchpulver das hab ich jetzt erst gerafft ähm anmachen anmachen das hat jetzt ein bisschen gedauert bis ich das gerafft hab dass wir da Milchpulver haben so hier müssen Wasser schön reinkippen wieder ausmachen den Kampf ähm schön putzen hinstellen bitte ja perfekt guck dir das mal an so jetzt brauchen wir hier dieses Milchpulver ähm wie viel muss ich da rein viel nicht viel keine Ahnung ähm hier Wasser mal ausmachen bitte schön nehmen jetzt gut 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 das passt ja genau schmeiß es schön rum perfekt was willst du jetzt von mir? ein Schnuller Schnuller haben wir hier ist wieder dreckig ich glaube ich lasse das Wasser an ich komm nimm was willst du? ach ist schon fertig perfekt der Leute es läuft ja richtig gut hier als Vater sind wir umgezogen? wir sind umgezogen wo muss ich jetzt hier hin? erstmal Tür aufmachen ich hab keinen Plan wo ich hin muss wo ist denn der Schnuller? wo ist der Schnuller? hier mein Jung ich kenn mich hier noch nicht aus ach ich hab jetzt auch Hunger oder was? hier links der Balken ich hab auch Hunger äh ja Digga ach so ich muss ach die Aufgabe steht was zu essen zu machen oder zu essen hä ach so ich darf bloß nicht verhungern ja erstmal alles reinpowern was wollt er jetzt? oder sie Milch ach du Kacke ähm Milch kennen wir uns nur aus absolut toll machen hinstellen zack nehmen nein jetzt ist mir umgefallen verdammt verdammt jetzt ist auch das runtergefallen wieder rein äh wieder aufheben ja perfekt nein ey du scheiß Ding ey es fällt alles runter was ist denn das? der Zeitdruck oh Leute was das ist denn das? manch von der Seite vielleicht fällt's da nicht um Leute ich krieg Hunger und mein Kind heult ich verhunger gleich ich muss was essen ich glaub das ist mir grad wieder runtergefallen ich brauch was zu essen ha ne der steht noch ah jetzt geht's hä aber jetzt ist die Zeit rum was war denn das? was soll der Scheiß? also okay wir sind umgezogen aber ich hab auf jeden Fall den Durchblick jetzt Schnuller Wasser anmachen hallo Wasser anmachen so einmal rein und zu ihm bringen in dein Mull essen ähm Milch anmachen rein damit ab dafür Leute ab dafür zack so dann kippen wir wieder Milch hier Milchpulver hier rein könnten das ja mal ausmachen das passt schon das mal ausmachen hallo ausmachen nicht anmachen jetzt ist das wieder an was ist denn das? so den Pömpel hier ausmachen kacker kacker alter hier für dich gut luck next time was hab ich denn? ach ich bin verhungert ach ooooh was ist denn das? okay nochmal ich bin zuversichtlich Leute dieses mal wird's was hier haben wir auch ne Schnuller oh ist auch praktisch einmal putzen und zack dann happa happa dann machen wir die Milch fertig erstmal noch ein Stück Brot essen kenn ich nix so Milch rein drei Löffel sollten reichen überhaupt noch irgendwas Kirschen oder was das sind so hier drunter halten drauf Flasche nehmen let's go bitteschön so mal gucken was du brauchst ja das das ist geil erstmal hinschmeißen was hast du vor jetzt? Schnuller oh mein Gott essen äh Schnuller runterhalten so muss mal kurz was essen gehen zack nochmal einen Kuchen reinböllern Windel wechseln äh deine Windel nehmen Mülleimer perfekt äh neue Windel nee erst ein pudern halt stopp ein pudern Mama muss was essen nein ess doch oh alter war das knapp puder ein pudern tip top Windel drop was brauchst du fertig ist fertig oh mein Gott Leute alter das war hart aber ich hab's bewältigt schreib mal rein was wäre ich für ein Vater beziehungsweise was wäre ich für eine Mutter schreib's doch mal rein ob ich das weiterhin nochmal ein bisschen spielen soll ein paar Level ich denke eine Folge wird's auf jeden Fall noch geben und ähm ansonsten würde ich sagen wenn's mir gefallen hat lass den Wert und dann haut rein bis zum nächsten Mal haut rein und ciao ciao Dos Thanks Dos unfortunately Not tsk ums h w was 後 還是 a toast j h Bis zum nächsten Mal.